Hier haben wir alle Namen, die Sie hier sehen, das sind alle Leute, die hier in Mauritius gewesen waren, die überhaupt was eingepflanzt sind, die wichtigste Person waren. Das ist alles der Name hier vorne, da haben Sie die Ingländer und dann noch die Bruchländer und dann die Franzosen. Das können Sie mit dabei melden.